Feuer und Flamme ist im Geschicklichkeitsspiel. Ich decke Grillkärtchen auf. Immer das, was aufgedeckt wird, muss ich mit der Zange auf den Grill legen. Ich darf stapeln, ich darf auch ein bisschen vorsichtig die Sachen mit der Zange verschieben. Was ich nicht machen darf, ist was vom Grill fallen lassen. Wenn mir das passiert, dann muss ich für jeden Gegenstand, den ich fallen lasse, einen Grillchip abgeben. Davon habe ich drei Stück. Wenn ich keine mehr habe, dann bin ich ausgeschieden. Das heißt, es gewinnt derjenige, der Last Man Standing ist, als letzter noch Grillchips hat. Jeder Spieler hat drei Bonuschips, die er einmal im Spiel einsetzen darf, bevor das Grillkärtchen aufgedeckt wird. Er darf einmal im Spiel die Zange einfach weitergeben, ohne selbst was zu machen. Er darf einmal im Spiel zwei Teile vom Grill nehmen, um den ein bisschen näherer zu kriegen. Und er darf einmal im Spiel bis zu zwei Teile vom Grill rutschen lassen, ohne dass er Grillchips abgeben muss. Und er darf einmal im Spiel zack. attan Bote Freude Assim Vielen Dank.